Leute heute gibt es die Revenant Perks und hier wird einmal mehr bewiesen oder kann nur bewiesen werden dass das Perksystem wenn es kommt definitiv überarbeitet wird oder überarbeitet werden muss denn die Ability Perks samt können wir streichen weil die Fähigkeiten quasi für Revenant gar nicht mehr existent sind also geht auch davon aus dass sämtliche Videos die ihr schon gesehen habt von mir und die die noch kommen es sind noch ein paar bis wir alle 14 Perks Videos durch haben dass da noch einiges an Überarbeitung notwendig ist weil bei bestimmten Legenden sind bestimmte Perks schon inbegriffen mittlerweile durch irgendwelche Reworks und so weiter und so fort wir fangen jetzt aber mal mit den Standard Perks an Kriech oder Crouch Geschwindigkeit wird erhöht das hat er standard mäßig so oder so schon immer gehabt wenn ich mich nicht täusche beim Klettern werden die Waffen nachgeladen ist sehr sehr stark und das dritte das finde ich extrem krass ermöglicht Revenant das Klettern auch horizontal du kannst nicht nur aufwärts sondern auch horizontal klettern dadurch dass er eine starke Reichweite beim Klettern hat kannst du sogar hochklettern und sagen ab jetzt möchte ich nach rechts klettern aber wirklich 90 Grad abgewinkelt ist das stelle ich mir schon sehr sehr cool vor gerade wenn du so Häuser Kämpfe hast irgendwo auf Word's Edge zum Beispiel in Capital City ich weiß das heißt nicht mehr so oder kannst du richtig schön viel Mist mit anfangen glaube ich also das klingt nach einer Menge Spaß dann haben wir die Finisher Perks wie immer 100 auf den Evo Schild das zweite 30 Prozent reduzierte Abklingzeit für deine Finisher und das dritte wenn du deinen Finisher einsetzt wird der Standort des Tropes revealed den du gerade finischt und die Ability Perks machen alle keinen Sinn weil die Fähigkeiten hat er nicht mehr Silence ist nicht mehr am Start das Death Totem ist nicht mehr am Start also bleibt mir hier nur zu sagen wenn ihr Bock habt geht mal kreativ in euch was könntet ihr euch als ultimative Perks vorstellen für seine Ulti Fähigkeit oder für seine taktische Fähigkeit würde mir jetzt spontan einfallen ich habe mich jetzt tatsächlich für diese ganze Geschichte so nicht vorbereitet wir gehen auf jeden Fall davon aus wenn es kommt wird es ein paar kreative Sachen geben das war's von mir bis zum nächsten Video haut rein ciao